Charles Michael Davies ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Model, Leben. Davies ist afroamerikanischer und philippinischer Abstammung. Sein Vater ist aus Kentucky und seine Mutter ist von Manila. Davies begann seine Karriere als Model und Werbegesicht für Nike und Foot Locker. Sein Schauspiel-Debüt gab er 2005 in je einer Folge von Noah's Ark und Raven Blick durch. Zwischen 2008 und 2010 war er in zwei Fernsehfilmen zu sehen. Bevor er 2011 in der ersten Staffel der ABC-Family-Drama-Serie Switched at Birth eine Nebenrolle als Liam erhielt. Daraufhin verkörperte er von 2011 bis 2012 die Rolle des Quan Kirkland in The Game. Bekannt wurde er 2013 durch die Nebenrolle des Dr. Jason Myers in der ABC-Fernsehserie Grace Natomi. Als Ben Deutton war er im selben Jahr in zwei Folgen von The Client List zu sehen. Nach einem Gastauftritt im April 2013 in der Backdoor-Pilot-Folge, die bei Vampire Diaries gezeigt wurde, übernimmt er seit 2013 auch in dessen Spin-Off-Ai-Originals die Hauptrolle des Marcel Gerard, die seinen Durchbruch bedeutete. Filmografie, 2005, Noah's Ark, 2005, Raven Blick durch, 2008, The Big Match, 2010, Night and Day, 2011, Switched at Birth, 2011 zu 2012, The Game, 2013, Grace Natomi, 2013, The Client List, 2013, Vampire Diaries, seit 2013, The Originals.